Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen zum neuen Quick-Tipp-Montag. Der Quick-Tipp-Montag soll die Möglichkeit geben, mir die Möglichkeit geben, für euch so ein ganz kurzes Video aufzunehmen, so eine Technik mal kurz zu erklären, zwei, drei Tipps mit reinzubringen, die halt in drei, vier Minuten quasi abgehandelt sind. Aber ja, die passen halt nicht in ein großes Tutorial. Aber so ein kleiner Quick-Tipp, so ein ganz kurzer Input, einfach mal um so gewisse Techniken wieder hervorzurufen oder gewisse, ja, einfach Inspiration zu geben zur Bildbearbeitung, dafür ist der perfekt. Okay, ich habe gesagt, es soll ein kurzes Video werden, nicht so viel quatschen, los geht's. Heute geht's um das Thema non-destruktives Arbeiten. Erstmal, what the fuck, was ist es überhaupt? Non-destruktives Arbeiten ist die Möglichkeit, in Photoshop herzugehen und alle Änderungen, die wir machen, wieder rückgängig machen zu können. Also, es ist die Möglichkeit zu geben. Gehen wir von Lightroom. In Lightroom ist es ja so, dass wir quasi alle Änderungen, wenn jetzt irgendwas an diesem Foto hier nicht passt, kann ich ja immer wieder sagen, ich ändere einen Regler. Der erste Punkt, den ich hier ansprechen möchte für Photoshop ist, wenn wir das jetzt in Photoshop reinholen wollen, erst einmal nicht nur bearbeiten in und in Photoshop bearbeiten, das ist nicht das, was ich möchte, sondern als Smartobjekt öffnen. Als Smartobjekt öffnen gibt uns jetzt die Möglichkeit, hier einfach doppelt drauf zu klicken und wir haben die ganzen RAW-Einstellungen, die wir in Lightroom gemacht haben, hier wieder da, können hier den Regler einfach wieder ändern, nicht ändern, was wir denn genau wollen, klicken auf OK und die Änderung wird in dem Moment angepasst. Können wir immer wieder machen, gar kein Thema, Smartobjekte sind eine richtig geniale Sache. Doch Smartobjekte können auch deutlich mehr. Wir können die Pixel auf dem Bild zwar nicht verändern, also wir können jetzt nicht mit dem Pinsel drauf malen, dann sagt er, nee, mögen wir vorher rastern, aber wir können quasi alles andere machen. Filter können auf angewandt werden und danach immer wieder geändert. Ich jetzt sage hier, komm mal her, wir gehen mal her und nehmen den verflüssigen Filter, der sieht immer am lustigsten aus und ich verändere jetzt was an dem Foto. Wir können mal hier einfach irgendwas rumschieben, ist ja egal, was zum Schluss bei rauskommt, es geht ja ums Funktionsprinzip. Ich klicke einmal auf OK und sage, hm, OK, diese Änderung war vielleicht nicht ganz so cool, kann ich zwar auf Zurück gehen, aber vielleicht habe ich noch Schritte zwischendurch gemacht, was dann dafür sorgt, dass ich alles rückgängig machen muss. Oder ich klicke einfach doppelt auf den verflüssigen Filter und ich komme exakt wieder an den Punkt, wo ich vorher aufgehört habe. Könnte es jetzt rückgängig machen, nochmal verändern, nochmal sagen, so hey, OK, gut, passen wir halt hier ein bisschen was an oder sowas in der Richtung und klicke wieder auf OK und es geht quasi wieder genau an diese Stelle zurück. Kann es auch maskieren, kann es auch sagen, na, verflüssigen, war scheiße, komm, mach mal einfach auf löschen und es ist genau so wie vorher. Das geht mit fast jedem Filter, wenn wir ihn auf ein Smart-Objekt anwenden. Was gibt es jetzt noch? Wir können auch auf Smart-Filter Korrekturen anwenden. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gemacht. Hier, Bild, Korrekturen, sagen wir einfach mal Helligkeit und Kontrast und ihr seht schon, das ist ebenfalls in den Smart-Filtern in einer passenden Ebene da. Im Übrigen, das funktioniert tatsächlich wie Ebenen, also auch wenn ich jetzt hier mehrere Sachen mit reinbringe, machen wir noch eine Tonwertkorrektur, die werden alle einzeln behandelt und ich kann auf jeder einzeln doppelt draufklicken, kann sagen, hey gut, das verändern wir, Helligkeit und Kontrast, mehr Kontrast, einmal OK. Die sind unabhängig voneinander. Ich kann beide einzeln löschen, ich kann beide einzeln ausblenden, einblenden, wie ich es gerne hätte und ich kann das sogar hier mit Filtern kombinieren. Also jetzt dem verflüssigen Filter als Beispiel. So, wir machen kurz was, wir sagen einmal OK und ich kann jetzt unabhängig davon sagen, OK, Tonwertkorrektur war nicht so cool, der verflüssigen Filter bleibt, das wird alles aufeinander gerechnet und ich kann alles einzeln nochmal beeinflussen. Ganz geile Sache. Doch, ich kann darauf noch einen draufsetzen. Denn es gibt ja diese Korrekturen, nicht nur als Korrekturen, sondern auch als Einstellungsebenen. Können wir hier in Korrektur reingehen, haben die quasi hier auch und sogar als einzelne Ebene, die wir einzeln nochmal maskieren können. Schon mal gar nicht verkehrt, aber es geht ja noch ein Stückchen weiter. Ich würde allgemein den Workflow versuchen, auf viele Ebenen zu machen, beispielsweise auch auf einzelnen Ebenen retuschieren, um eben eine Retusche in dem Moment nochmal rückgängig machen zu können, einzelne Punkte nochmal zu bearbeiten. Man muss hier so ein kleines bisschen überlegen. Wichtig ist, versucht die Arbeit über die Ebenen zu verteilen. Es macht einen großen Unterschied, wenn ich jetzt hergehe und hier einfach eine Linie reinmale als Beispiel. Komm, malen wir die einfach mal direkt auf die eigentliche Ebene. Die ist da jetzt für immer drin. Ich kriege die nie wieder raus. Außer ich mache Command Z, aber den Trick gilt nicht. Wenn ich die jetzt wegradieren möchte, radiere ich das gesamte Bild weg. Gehe ich her, mache das auf einer eigenen Ebene. Geht ja ebenfalls. So. Kann ich das genauso reinmalen, der gleiche Effekt kommt raus. Und wenn ich die jetzt entfernen möchte, habe ich die Wahl, eine Maske zu nehmen. Oder ich nehme den Radiergummi und es geht genauso weg. Und ich habe mein Bild hinten dran noch mit drin. Wichtig ist mit diesem Video, wollte ich eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass ihr nondestruktiv arbeiten solltet, dass ihr versucht, eure Arbeit auf so viele Ebenen wie möglich zu verteilen. Nicht immer so 100% nehmen. Klar, kann gewisse Dinge zusammengefasst werden. Auf jeden Fall versucht das möglichst. Ihr habt dadurch viel mehr Möglichkeiten, könnt auch wieder Schritte zurückgehen und könnt natürlich auch Schritte zwischendrin wieder rausnehmen. Ich habe hier drei Ebenen. Die Ebene regelt die Helligkeit, die regelt das Bild allgemein in der Helligkeit weiter hoch. Wenn ich hier zwischendrin einen Schritt habe, der blöd war, wo ich sage, hey, hätte ich gern anders, hätte ich gern raus, ziehe ich den einfach auf den Mülleimer. Die Ebene oben drüber bleibt ja bestehen, der Effekt bleibt bestehen und das Bild sieht halt genauso aus, nur halt ohne diese komische Linie, die ich in dem Moment reingemalt habe. Schaut euch das ein bisschen genauer an, versucht auf einzelnen Ebenen zu retuschieren. Das geht ebenfalls. Kurzes Beispiel noch mit rein. Ich kann hier Dinge aus dem Bild raus retuschieren. Das machen wir raus. Komm, einfach mal so quick and dirty hier diese Kette. So, die ist raus auf einer einzelnen Ebene und ich könnte die halt einfach auch wieder löschen, verändern, wie ich das denn gerne möchte. Beschäftigt euch genau mit dieser Methode, die kann man auch deutlich verfeinern. Es war jetzt eigentlich nur so ein Gedankenanstoß, hier so ein kleines bisschen seinen Workflow zu verändern, wenn man das nicht sogar schon anwendet. Jetzt die Frage, wenn du in Photoshop arbeitest, hast du noch ein destruktives Arbeiten? Ist dein Workflow darauf korrigiert? Soll ich da vielleicht mal ein detaillierteres Video drüber machen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Zum Thema Photoshop habe ich selbstverständlich auch noch einen riesen Videokurs, wo alle Infos zum Thema Werkzeuge, Filter, Ebenen, das gesamte Prinzip wird der Haar klein erklärt. Kannst du dir gerne mal anschauen, natürlich auch mit meinem Workflow und meiner Arbeitsweise. Ich habe es unter diesem Video verlinkt und ja, wir werden uns im nächsten Video wiedersehen, in der nächsten Quick-Tipp-Variante. Mal gucken. Ich hoffe mal, ich überziehe nicht so. Ich bin aber so ein Talent immer, viel zu quatschen und viel zu erklären. Aber gut, mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe noch einige Videos in dem Moment mit drin. Wenn es gewisse Dinge gibt, wo ihr sagt, hey, kannst du mal erklären, schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.